Lassen wir den Bus einfach weiterfahren. Ich hab Wunden. Das ist so ernst. Sorry. Man. Das ist voll schwer. Man. Das sind ganz schwer. Das sieht nicht aus. Ich habe die Hörger. Der Weg wird die Orte durch den Best. ist es ist ich so lange nicht muss so lange das ist doch keine ich kann ich jetzt hier müssen Da hauen wir zwei. Kleine T-Mama. T-Mando. Oh, oh. Wo seid ihr zwei T-Mama? Von hinten. Wenn ich vielleicht weggebuke mich. às nehmt einfach entspannen uns Uhr. Wow. W securitychraben drauf In T-Mama Wenn der mir gerade einen Headshot mit dem Brum gegeben hat, das hätte ich nicht erwartet. Das war einfach nur Fortnite-Clips, weil der mir einen Headshot einfach gegeben hat. Und ich hatte genau 5 HP. Ich kenn, dass ein Bogen mit Headshot machen kann, Mann. Ich weiß, was das ist, um das in die Fresse zu kriegen. Das ist einfach nur krank. Das auf das, das auf das, das auf das. Wir haben ja beide nur gefrissen. Braucht ihr also Gott nicht. Ich werde Revolver jetzt nicht so spüren. Ich muss etwas liebst, ich sehe. Aber nichts. Der Markt. Oh! Schönen Schönen Das war's. Was bedeutet denn bitte diese Treppe? Das ist hoch gebaut. Was ist denn das? Was ist da an der Gegner? Guck mal rum rum, um den Berg. Um den Berg. Da bin ich nun vielleicht... Vielleicht ist es dann... Wann? 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 Er sieht das nicht! Er sieht das nicht! Er hat es nicht gesehen, das von hinten war! Er hat es nicht gesehen! Oh mein Gott, habe ich gehetzt! Aber wenn wir denken, was ist das für ein Stuff man? Das muss ich denken! Er hat gerade so hohe Bäume gebaut! Wie behindert das Bust? Natürlich snipe ich dich einmal! Von hinten! Nicht von vorne, Mann! Gott! Wie kannst du so behindert sein? Natürlich von hinten! Das kann man natürlich bemerken! Wenn ein Schuss kommt, kann man diesen Schuss sehen! Und dann sieht man, aha! Der ist von hinten! Weil die Kugel von hinten ist! Das musst du doch wissen! Was musstest du wissen? Du bist... Weißt du das einfach nicht! Du weißt das einfach nicht! Du weißt das einfach nicht! Du weißt das einfach nicht! Meine Brä! Dann geb ich mal so'n kleinen Headshot! Warte ich! Wer so dumm rumsteht! Was? Die Leute, die direkt abgesprungen sind, sind in der Zone! Und mein Berg, wo ich früher war, ist in der Zone! Okay! Okay! Da hinten also! Da hab ich alles gemütet! Das ist Zone! Das ist auch fast Zone! Hä? Was? Da heck! Auch wieder etwas! Den Typen mit der Armhust hab ich schon betont! Da hab ich mich runtergebaut! In der Bahn! Was ist das? Was? was ist das für ein Tower?" Was ist das für ein Tower da hinten? Das ist aber ne Gelder Zone! Aber OP Tower! kann man so richtig krank snipen könnt ihr auch jetzt im chat sehen ob da jetzt jemand gebannt wird jemand gebannt wurde kann man setzen wenn es genau desto mehr wie weniger die ganze zeit gewöhnliches jetzt habe ich die grüne ARK ok hier irgendwo ich muss mich mal hier dann wissen ich habe hier drunter den kam damit sie denken ich wollte mich auch nicht dollern das aber ist aber perfekt ich muss mich auch wirklich hoch holen das ist tatsächlich in der Zune das ist wo Flaschfaktoren bist du wirklich in der Zune ein bisschen was das könnte auch die Endzone werden das könnte auch die Endzone werden da ich schwöre ich es mir echt viele Reisen ich schwöre ich habe mega viele Reisen aber ich schwöre dass ich keinen mehr finde wenn ich die ganze Zeit zurücklaufe und mich umgucke ich bin nichts das war nur was und ich das war die Truhe die da es wirklich das ist das war das ist dass es das ist das ist das ist das ist das ist gucke ich gerade wo ich kann es nicht wow wir sind hier hoch wir sind das nicht Ich weiß nicht, warum ich das war. Es ist einfach nur... Frosnig, verarsch ich mich. Ich hab gewesen. Ich kann es auch nicht mehr machen. Okay. Ich hab doch einen. Oh! Ausgezeichnet. In der blauen Acker. Ausgezeichnet. Das brauch ich gerade. Aber mit der Acker ist es besser zu schießen für mich. Wenn die noch 30 Damage machen. Und 3 Schüsse. Das kann auch richtig weh tun. Aber ich könnte noch 14 Pils machen. Epischer Siebfunds. 14 Pils. Das könnte ich tatsächlich noch schaffen. Wenn jetzt bitte nicht jemand noch stirbt. Dann kann ich nur 13 Pils machen. Und so mal weiter. In einer Summe. Der ist einfach nicht zugehört. Oder mit meinem Lauf. Dann muss ich noch auf. Der Laufbruch ist natürlich besser als die Schild, gell? Nee, meinte der Laufbruch ist natürlich besser als die Schild. Das ist ja 100 Leben plus 100 Schild. Das ist mega viel, Mann. Was macht das da? Macht ein Gegner an was da rum? Dass die Treppe zerstört, bevor ich mich angreifen will. Ich muss leise und treten in Reins. Ich ranz, Micky. Ach, lass Micky sein. Was? Jetzt schon? Was? 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 Ich kann nur noch 12 Pilspots nicht verliegen. Ich habe einfach einen Bruch! Was? Ich bin einfach 4 Pilspots. Wer kann nur noch da nutzen? Und da sind 4 Gäbergeräte. Wer kann nur noch ... Ich vertreff ihn doch. Ich treff ihn nicht. Trifft den Typen. Trifft den Typen auf den Berg. Nee, der trifft den nicht. Der bin nicht. Kann er nicht verzieren, Mann. Ich bin irgendwo hin, wo ich da gar nicht bin. Genau. Ist der. Ist der. Ist der. Ist der. Ist der. Ist der. Si. Ist der. Ist der. Ist der. Das war's. Ich finde nur noch zwei Plätze für die Glocken. War einer? Ich hole mir jetzt erstmal den Stoff da oben. Oh Gott, ist das geil. Stoff. Ich habe unendlich Mitholven. Mein Gott, war das Knochen. Ich habe 63 Schuss mit dir. Ich habe den Knochen auf meinem Schuss. Ich habe den Knochen. Ich habe den Knochen. Ich bin Mỹ. Ich R think also первый. Schuss. Und das 뭔가 an stellar度. solving der Knochen anyway. Die Knochen istacağız nach dem Knochen. Ich komme ja über einen Knochen. Das war's. Und hier sind hier, das war's. Ja. Die Knochen istической. Und du, hier macht du das? Ich finde, da kann man besser. 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 Bekämpfen sich jetzt. Das will ich bekennen. Ich finde, da kann man besser. Ich finde, da kann man besser. Ich finde, da kann man besser. Ich finde, da kann man besser.